Hallo, herzlich Willkommen im Restaurant Worker in Lüchtenau. Wir sind wieder da. Wir haben lange umgebaut. Jetzt möchte ich unser neues Lokal schön präsentieren. Untertitelung des ZDF, 2020 Wir haben ein großes, warmes Buffet. Hier sind die Hauptspeisen. Es sind ca. 7 verschiedene zum Auswählen. Weiters kommen wir zu den Vorspeisen. Es sind auch ca. über 10 verschiedene Vorspeisen. Wir haben noch zwei Suppen zur Auswahl. Hier zum Beispiel die bekannte Suppe. Hier sind die Salatbar mit verschiedenen Salaten und frischen Früchten. Hier sehen Sie dann die frischen Sushis, verschiedene Maki-Variationen, Sashimis. Die bestehen aus Lachstunfisch, Tsurimi. Ab hier beginnt dann das Stepanyaki. Das sind also rohe, saisonales Gemüse für den Grill. Für den Grill haben wir hier zum Beispiel Lachs, Zander, Pangasiusfilet, große Krewetten, Tsurimi und Kalamaris. Wir haben sehr exotisches Fleisch wie Hirschfleisch, Kängurufleisch, Kaninchen, aber auch Lammsteak, Greensteak aus der Region. Sie können alles zusammen selber mischen, also das Gemüse, das Fleisch, je nach wie Sie es gerne haben. Eine Soße aussuchen, dem Koch geben. Der Koch dreht dann das Essen auf den Teepanggrill. Der Grill ist sehr heiß, also das Essen wird sehr frisch zubereitet. Sie hören, wie es zischt. Und wir bringen das Essen fertig auf den Tisch. Wunderschönes Lokal für Nichtraucher und auch für Rauker. Ich würde sagen, sehr gut gelungen. Und die Qualität, das stimmt einfach in dem Haus. Die Vorstellung Die Vorstellung Die Vorstellung Musik Hier sitzen wir nur in der Raucherlounge. Die Atmosphäre hier ist etwas gemütlicher und romantischer. Sie können hier bei uns am Wochenende bis 1 Uhr essen. Sie können à la carte bestellen oder auch nur etwas trinken, mit Freunden einfach nur sitzen, plaudern, einfach chillen. Wir haben viele Cocktails in der Karte, aber auch sehr viele erlesene Weine. Musik Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. In Rock. Nebejaki. In. Juste now. Musik Musik In Rock. Musik In Rock.